Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Bügelmessschraube hier richtig ablesen und vor allem auch kalibrieren kann, um einfach sehr genaue Messungen wie zum Beispiel 11,25 mm ablesen zu können. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst haben wir hier vorne mal unsere sogenannte Skalenhülse, welche durch diese Bezugslinie in einen oberen Bereich und hier unten in einen unteren Bereich unterteilt wird. Die oberen Striche stehen wir für die vollen Millimeter und die unteren Striche hier stehen für die halben Millimeter. Rechts dahinter haben wir unsere sogenannte Skalendrommel und hier sind insgesamt 50 einzelne Striche abgebildet und jeder einzelne Strich steht genau für 0,01 mm. Wenn ich hier hinten an meiner Kupplung mal im Uhrzeigersinn drehe, dann wandert meine Kante hier vorne, welche ich auch zum Ablesen benötige, immer weiter Richtung 0, das Ganze wird also kleiner und wenn ich sie gegen den Uhrzeigersinn drehe, dann wird es wieder größer. Jetzt aber genug zur Theorie. Um das Ganze hier sauber ablesen zu können, muss ich es erst einmal richtig kalibrieren, dass 0,00 mm auch wirklich dieser Zahl entsprechen. Zuerst einmal müssen hier vorne meine Messflächen wirklich komplett sauber sein und dann gehe ich hier hinten wieder hin und drehe einmal so weit, bis es zum Klicken hier anfängt. Das bedeutet jetzt, dass die Radie hier hinten durchdreht und die Messflächen mit ca. 5 bis 10 Newton zusammengepresst werden. Wenn das der Fall ist, dann kann ich hier noch meine Stellschraube einmal festlegen, dass ich hier hinten auch nichts mehr bewegen kann. Wenn der Bezugstrich hier auf der linken Seite und der Strich von der 0 hier rechts auf der Trommel genau auf derselben Höhe sind, dann ist alles super und wir müssen nichts nachkalibrieren. Wenn es bei dir jetzt aber wie bei mir hier ausschaut, dass diese zwei Striche nicht auf einer Höhe sind, dann mal dieses spezielle Werkzeug zur Hand nehmen, was normalerweise beim Kauf auch dabei ist. Mit der einen Hand die Trommel hier schön festhalten und dann einfach mal hier hinten in die Bohrung reingehen und das Ganze gegen den Uhrzeigersinn öffnen. Das sollte bei mir auch schon reichen. Nun kann ich meine Bügelmessschraube nämlich umdrehen und hier vorne erkenne ich nochmal so eine kleine Bohrung. Dann nehme ich jetzt das größere Stück von meinem Werkzeug her, gehe hier hinein und kann es wieder leicht drehen. Und nun schauen wir, ob es passt. Die zwei Striche hier vorne sind auf derselben Höhe, weswegen ich wieder mein Werkzeug nehme, hier hinten in die Bohrung hineingebe und dieses Mal im Uhrzeigersinn leicht festdrehe. Und somit haben wir unsere Bügelmessschraube auch schon richtig kalibriert. Wenn wir das haben, müssen wir beim Messen auch auf ein paar Kleinigkeiten achten. Zum einen unbedingt nur hier vorne an der Isolierplatte das Ganze anlangen, da die Handwärme sonst unser Messergebnis verfälschen würde. Außerdem sollen wir natürlich unbedingt darauf achten, dass wir schön gerade auf unsere Kante hier drauf schauen und nicht irgendwie so quer ablesen, da dann natürlich auch Ablesefehler entstehen würden. Die Messfläche muss unbedingt schön gerade an unser Werkstück ansitzen und ich tue nur hier hinten bei meiner Ratsche drehen, nicht hier an der Trommel. Denn wenn ich an der Ratsche drehe, werden ja wie vorhin schon angesprochen die 5 bis 10 Newton richtig angewendet, so wie es sein sollte. Beim Messen achte ich jetzt erst einmal darauf, welcher Strich hier auf der linken Seite am nähersten bei meiner Kante zu sehen ist. Wir können erkennen, dass hier oben bei dem vollen Millimeter der fünfte Strich zu sehen ist, weswegen hier auch schon mal 5 volle Millimeter gemessen worden sind. Danach schauen wir mal unsere Bezugslinie hier links drüben an und mit welcher Linie diese jetzt auf der rechten Seite genau übereinstimmt. Wir können sehen, dass es in meinem Fall die 0 ist, weswegen ich jetzt hier drüben mal 5 Millimeter habe, hier drüben 0 und somit lautet das Ergebnis 5,00 Millimeter. Bei meinem zweiten Beispiel gehe ich wieder genauso vor. Erst muss ich hier links oben einmal schauen, welcher Strich am nähersten bei meiner Kante ist. Da ist wieder die 5 zu sehen, wie gerade eben auch. Doch, jetzt ist die Kante etwas weiter nach rechts verschoben und hier unten ist auf einmal ein weiterer Strich hinzugekommen bei der unteren Skala. Die untere Skala steht ja für die halben Millimeter, weswegen wir hier jetzt schon 5,50 Millimeter in diesem Moment haben. Und wenn wir einmal die Bezugslinie hier wieder anschauen, erkennen wir, dass diese wieder genau auf derselben Höhe von der 0 hier rechts ist, weswegen unser Ergebnis in diesem Fall auch 5,50 Millimeter wäre. Wenn wir die Bezugslinie hier jetzt mit der 5 dieses Mal übereinstimmen, dann müsste ich natürlich hier auch diese 5 noch bei meinem Ergebnis hier vorne hinzufügen. Also in dem Beispiel 5,55 Millimeter. Zum Abschluss noch ein schweres Beispiel. Ich schaue wieder hier links oben bei meiner Skala, erkenne, dass der näheste Strich zu der Kante hier die 7 ist. Dann sehe ich, dass bei meiner unteren Skala auch noch ein weiterer Strich ist, weswegen ich auf der linken Seite schon mal 7,50 Millimeter sicher habe. Und ich erkenne, dass die Bezugslinie hier direkt mit der 22 hier drüben übereinstimmt. Deswegen muss ich jetzt diese 0,22 Millimeter noch hier vorne zu meinen 7,50 Millimeter hinzufügen. Und insgesamt lautet das Ergebnis dann 7,72 Millimeter. Und somit haben wir jetzt auch schon unsere Bügelmessschraube hier richtig abgelesen und vor allem auch richtig kalibriert. Wenn du dir für zu Hause jetzt irgendeine Bügelmessschraube, egal ob analog oder auch digital, zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellung zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Geschäft hier für fort. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Wir sehen uns schon schnell. Vielen Dank.